Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Diesmal geht es nicht um die Bundesliga, keine Vorschau, keine Prognose, nichts davon. Aber es ist eine Ankündigung, wie im Thumbnail und im Titel schon zu erkennen gewesen sein wird. Es geht um die Hallenmeisterschaft. Es wird, wie in den letzten beiden Jahren, auch wieder eine Hallenmeisterschaft geben. Letztes Jahr ist es, glaube ich, ein bisschen ausgeartet. Da haben wir nämlich alle Mannschaften der ersten drei Ligen gehabt. Also 1. Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga. Das war ein bisschen heftig und meiner Meinung nach auch zu viele Spiele zu unübersichtlich. Das Jahr davor war nur Bundesliga und ich habe mich dazu entschieden, wieder nur auf Bundesliga zu gehen. Habe auch gedacht, mache ich einen Mix aus 1. Bundesliga und 2. Bundesliga. Aber ich wollte eigentlich keine Mannschaft so richtig benachteiligen, weil ich auch weiß, oder ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es auch Fans gibt von Mannschaften, die in der Bundesliga sind, die ja in den Prognosen zuletzt vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Ihr wisst es ja, ich prognostiziere jetzt aktuell nicht immer die kompletten Spieltage. Was aus zeitlichen und ein bisschen aus Lustgründen der Fall ist, werden nicht mehr alle Mannschaften so berücksichtigt. Und dachte, komm, zumindest die Bundesliga nehmen wir dann einmal komplett rein in diese Hallenmeisterschaft. Und ja, hier habt ihr eine kleine Übersicht. Es wird vier Gruppen geben. Ich gehe jetzt ganz kurz aufs Reglement ein. Ich habe mir da noch nicht groß was überlegt. Aber ja, wir haben diese vier Gruppen. Hier können wir vielleicht auch kurz durchgehen. In Bayern, Augsburg, Gladbach, Stuttgart in Gruppe A. Gruppe B ist Leipzig, Hertha, Union, Freiburg. Ist zufällig tatsächlich, dass da drei Clubs aus dem Osten sind. Ja, es sind nicht Ostclubs per Definition, aber ihr wisst schon, was ich meine. Zumindest auf der Karte liegen drei Clubs davon im Osten. Das ist Zufall gewesen. Finde ich aber auch durchaus eine spannende Gruppe. Gruppe C dann mit Dortmund, Fürth, Hoffenheim und Leverkusen. Und Bielefeld, ja, weil wir haben vier Gruppen, aber 18 Mannschaften. Deswegen sind in Gruppe C und Gruppe D jeweils fünf Mannschaften. Und ja, in Gruppe D ist dann noch Wolfsburg, Köln, Bochum, Frankfurt und Mainz. Was habe ich mir dabei gedacht? Oder wonach wurde jetzt einsortiert, weil die Bundesliga-Hinrunde jetzt noch nicht vorbei ist und ich nicht danach einteilen konnte, habe ich die Endtabelle der Vorsaison genommen und ja, anhand dessen einsortiert. Und die beiden Absteiger in Gruppe C und Gruppe D eingeteilt. Die beiden Absteiger, habe ich gesagt. Jedenfalls die beiden Aufsteiger in Gruppe C und Gruppe D eingeteilt. Ja, es gibt eigentlich nicht so eine richtige optimale Lösung dafür, aber weil ich Playoffs und Zwischenrunden vermeiden möchte, habe ich mich jetzt dafür entschieden, es einfach so aufzuteilen. Es kommt aus jeder Gruppe jeweils der Erste und der Zweite weiter. Das heißt, danach starten wir dann mit acht Mannschaften im Viertelfinale nach der Gruppenphase und ja, natürlich Punktzahl, Torverhältnis oder ja, genau, Torverhältnis, dann direkter Vergleich und im Zweifelsfalle gibt es dann sogar noch ein Entscheidungsspiel. Zwischen den beiden Mannschaften, wenn die innerhalb der Gruppe tatsächlich gleich liegen sollten. Ja, dann werden die Gruppen Ersten in einen Topf getan, die Gruppen Zweiten in einen anderen Topf. Ja, bei Gruppe C und Gruppe D, klar, da scheiden dann jeweils drei aus, kann man sagen. Ist ein bisschen schwieriger, da weiterzukommen. Auf der anderen Seite, es gibt am Ende eh nur einen Sieger und dafür haben diese Mannschaften dann in der Gruppenphase schon ein Spiel mehr, werden also ein bisschen mehr berücksichtigt. Sagen wir jetzt mal beispielhaft, okay, ich bin jetzt Bielefeld-Fan, die fliegen dann vielleicht in der Gruppenphase raus, vielleicht ja, vielleicht nein, aber dafür habe ich zumindest in der Gruppenphase vier Spiele davon sehen können von meinem Verein. Ja, letztes Jahr haben wir es auch so gemacht oder hatte ich es so gemacht, dadurch, dass wir alle drei Ligen hatten, dass alle mit einer Gesamtstärke von 85 angetreten sind. Diesmal bleibe ich bei den normalen Werten. Bayern ist die beste Mannschaft, dann Dortmund und so geht es eben nach unten bis Fürth zur schlechtesten. Hatte nämlich auch jemand oder ein paar wahrscheinlich sogar in die Kommentare geschrieben, dadurch bekommen die Mannschaften doch eigentlich erst Charakter, dadurch, dass sie unterschiedlich stark sind. Und das finde ich im Nachhinein, muss ich sagen, ja, finde ich auch, stimmt schon. Und da sind dann vielleicht Überraschungen ein bisschen cooler noch, die in Nahhalle auf jeden Fall auch möglich sein werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ansonsten, hier seht ihr die Spiele tatsächlich im Überblick, wie ich das genau aufteile, wann welche Videos kommen. Also sie wird nächste Woche starten, noch vor Weihnachten. Wahrscheinlich, also sie wird 2021 noch aufhören auf jeden Fall, aber ich glaube nicht ganz vor Weihnachten. Aber das muss ich gucken dann, wie ich es strukturiere. Auf jeden Fall, das ist erstmal so das grundlegende Konzept. Ich hoffe, ihr interessiert euch dafür. Vielleicht ja, vielleicht nein. Gibt es Fragen zum Reglement? Habe ich irgendwas nicht bedacht oder würdet ihr euch irgendwas wünschen, was sich hier umsetzen lässt? Irgendwie sowas, Tor des Spieltags oder so, ist das interessant? Ja, lasst es mich dann auf jeden Fall wissen. Auf jeden Fall, so soll es aussehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ganz kurzes Video, ganz knackiges Video für euch einfach zur Information und für mich auch, dass ich nochmal was Handfestes habe. Und ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und ja, wir hören und sehen uns in Kürze. Haut rein und adios.